hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf krypto tv ja jetzt hat es mal wieder einer wahrgenommen meinen aufruf nämlich ich hatte mal den aufruf gestartet dass wenn wir demonstrationen mit filmt muss ja nicht nur die aktuelle demo ich muss aufpassen wie ich welche wörter ich benutze sonst direkt mich youtube wieder aber ich wüsste schon es gibt auch noch andere demo themen wenn ihr etwas habt ihr schickt es mir zu und der danni luke hat dies wahrgenommen da gehe ich gleich mal jetzt hin hier der rasende reporter danni luke berichtet von der wie gesagt ich möchte jetzt nicht direkt aussprechen wie ihr seht es ist nur auf 480b hochgeladen das original ist zwar schon in hd nur wenn es ich vermute mal länger als eine stunde dauert dann rendert diese video plattform ist nicht auf hd hoch falls es doch noch möglich ist und ihr mit dieser plattform bessere erfahrungen habt bitte schreibt es mir in den kommentaren rein damit ich es dann auch so machen kann ja die video beschreibung zu diesem link die setze ich hier unten in die video beschreibung rein damit ihr dann zu den linken auch hin kommt und ja somit bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit wie gesagt ich lade nichts mehr von den filmen auf youtube hoch warum wisst ihr mittlerweile schon wenn nichts schaut euch die anderen teaser videos an ok somit gehabt euch wohl bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt crypto tv